Alter, was ist hier passiert? Alter! Danke schön! Ich bin überrascht worden hier. Mir kommen fast die Tränen. Das ist für mich eine Riesenehre, hier von meinen Jungs so etwas geschenkt zu bekommen. Für mein letztes Cape Epic und ich bin echt tief gerührt. Ja, so ein Spezialteil zu bekommen. Das bleibt natürlich für immer. Das wird nie in meinem Leben verkauft. Auch wenn ich irgendwann mal bankrott gehe. Ich werde immer dieses Fahrrad fahren. Das ist einfach genial. Es sind ganz viele Details drauf. Ich muss die selber alle noch herausfinden, wie es hier alles funktioniert. Aber eines erkenne ich schon mal ganz deutlich. Und zwar das Cape Epic Profil. Das symbolisiert meine 5 Cape Epic Siege von 2004 bis 2016. Und da sind die Jahreszahlen drauf. So kleine Aufkleber hier. Top verarbeitet. Eine Wahnsinnslackierung. Zebra Design hier oben. Das ist im Prinzip das Rad, so wie ich das jetzt gerne fahre. Mit Dropper-Post und schönen fetten Reifen drauf. Das ist einfach. Mir fehlen gerade echt die Worte. Hammer. Danke Jungs. Bitte. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.